Hätten Sie gedacht, dass sich in diesem extrem schlanken Gehäuse ein Telefon verbirgt? Der geniale Handyzwerg von Sim Valley ist so winzig, dass er sogar in Ihren Geldbeutel passt. Das ultrakompakte RX80 Pico im Checkkartenformat begleitet Sie überall hin. Beispielsweise zum Sport oder mit einer Prepaid-Karte in den Urlaub, wenn Ihnen Ihr Ersthandy dafür zu wertvoll ist. Der Kommunikationsmini bringt alles mit, was Sie zum Betrieb benötigen. Etwa einen Lithium-Ionen-Akku, das Dual-Band-Handy für europäische Netze, lässt sich über die fünf Funktionstasten und die zentrale Vier-Wege-Taste problemlos bedienen. Bei den Telefonfunktionen bleiben keine Wünsche offen. Telefonbuch mit Suchfunktion, Wahlwiederholung, Rufnummern, Unterdrückung, Profile und vieles mehr bietet das RX80 Pico. Und das Beste? Das winzige Handy ist vertrags- und SIM-Lock frei. Sie legen einfach Ihre SIM-Karte ein und es kann losgehen. Ja? Ja, Olli, grüß dich. Ein Moment bitte noch, ja? Ja? Ja, gleich, Moment, Moment. Wenn Sie nirgends auf mobile Erreichbarkeit verzichten wollen, ist dieser preiswerte Winzling die absolut richtige Wahl. Das RX80 Pico können Sie überall hin mitnehmen. Ja, Olli, ja? Ich höre. Ja, gut, gerne. Auf ein Bier. Bis gleich. Tschüss.